Hey, ich bin mir mal der Syrax und herzlich begann die letzte Fluchspiel-on-Kart. Ganz ehrlich, es übertrefft Super Mario Kart bei weitem. Bei weitem. Super Mario Kart ist ein Arschloch gewesen. Das da hier ist mehr als nur ein Hurensohn. Geil. Oh Gott, dieser Hurensohn stürbt bei jeder kleinen Scheiße. Geil. Geiler Maulwürfzügel. Und die Maulwürfel drin kiffen. Ja gut, das hier ist inzwischen schon leicht. Wo kommt der Geist? Ja, wo kommt der denn, der Süße? Weg ist er. Um Gottes Willen. Geil. 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 es ist so richtig es ist so schön für dich danke lieber jahr kakak japsen kack lieber herr japsi katatati shishikaki leck mich noch in die hohe die reine klar ist es ungehorsam wie ab sie zu sagen aber wir werden als nazis geschimpft das ist viel böser finde ich jetzt mega zu sagen und ich habe den dunkelhäutigen als kumpel liga ist auch nicht so schön gebe ich auf und zu aber es gibt einen start namens nieder hey du bayern hey warum beleidest du mich warum ich es genau mit den bayern verbinde weiß auch nicht als an sich mag ich ja die bayern sie lassen sich nur nicht wirklich viel von sich blicken außer kuh scheiße obwohl das ist jetzt nicht rassismus sondern innenfeindlich oder oder in rassismus irgendwas oder doch rassismus ich weiß es nicht liebe professor bitte wer lernt mich um was besseres ich spiel der bosen sie ihren was es ist mir scheißegal hier habt ihr eure scheiß kopfhörer ja ich bin wieder da holla die weise ganz ehrlich dieses spiel ich habe jetzt schon genug eigentlich ich weiß ernst lieber würde ich drei stunden lang weiter große goblets spielen ich würde wenigstens weiter kommen nur dieses spiel ist so eine unfaire huren scheiße zu mir ich habe noch nie so ein unfaires spiel gesehen dabei habe ich eine wicke geil aufhört dieses spiel zu spielen dann habe ich schon gewonnen neues bier neues glück ich glaube er neues befriedigungs erlebnis in einer einzigen eine voller qualen und verzweifelte verzweifelte neues wort bei die lieben neuer verzweiflung lieber tim martin ich hasse dich nettes spiel an sich aber man hätte doch wohl den fall schaden berücksichtigen können oh come on ich kann nie ins zweite bild doch schon aber nie ins dritte weiste in große goblins da fand ich es nicht so schlimm doch hier da tut es im herzen weh eines spiel eines gamers wenn du nur zwei zentimeter tiefer hopstern bis dem untergang gewalt und bei allen anderen spielen da ist es nicht so scheiße mann komm gib die flasche her toll geil dankeschön die geister haben ne k.i. wie Null was sie machen können ist ganz auf der schlechten weise einfach folgen die geistert dankeschön dankeschön oh 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 fuck fuck die körper die mutter tot gefickt hat Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Scheiße. Oh, ist der geil! Tim steht drauf! Tim weiß der Teufel wie er nochmal ist. Ich würd's dir gleich noch mal sehen. Leck dich, Mann! Komm, stirb. Musst es doch verlängern. Musst es doch verlängern. Boah, der Bund. Wo ist jetzt Spelunker? Und bei Tim Martin, Lisa natürlich. Ja. Ich hab mich schon wieder vertippt. Ich hab mich schon wieder vertippt.